hallo und willkommen hier bei einer neuen ausgabe von der map süd hemen vom landwirtschaft simulator 17 und ich bin euer kranken gusto ja was wollen wir heute hier gemeinsam machen bzw ich mache ihr schaut und zwar ist ja hier frühling in süd hemen eingezogen die bäume sprießen das gras auch und wir sind gerade unterwegs zur raffinerie so hoffentlich kommt hier kein gegenverkehr ach der wollte auch rum aber wir waren ja in vorfahrt hatten wir so mal gucken und wir wollten ja noch mal hier zum grundbuchamt mal gucken ob wir ja noch ein paar felder kriegen oder reichen die die ich denke mal schon ach nutzen wir erstmal die wir haben und noch andere können später mal dazu kommen mal gucken ach hat schon auf so dann fahren wir mal hier kurz rum gucken kommt kein auto glück gehabt so dann fahren wir mal jetzt hier links rein in unsere raffinerie gucken wir mal kurz nach die öffnungszeiten ja also bis 22 uhr hat es auf so dann schauen wir mal hier ob alles gut geht oder wir eingreifen müssen dann bringen wir mal hier den guten hänger hin beziehungsweise kippen hier mal ab dass das immer neu hin gekriegt haben ist immer noch ein rätsel das immer neu hin gekriegt haben ist immer noch ein rätsel das immer noch ein rätsel das immer noch ein rätsel ach jetzt so dann kippen wir mal hier ab Okay, dann können wir den wieder einstellen. Und switchen mal weiter. Hier zu unserem Kandidaten. Der kann hier erstmal raus. Der muss ja nicht hier alles blockieren. Die Anlage. So. Und stellen mal kurz. Ach, wir fahren mal mit. Gleich wieder dahin, wo er hingehört. Steht da nicht ein Weg. Okay. 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 So, dann sind wir ja gleich da. Mit unserem Glas hier. Und der ist fleißig hier am Aggen. Mit der Seemaschine. So, dann bringen wir die immer zum. Und wer staunt? Warum hat der schon wieder durchdrehende Reifen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Oder wer hat der durchdrehende Reifen? Und wer, das wirklich gibt. Essentially, nach Bille und Oberfläche den Be bietet rein. Gucken wir mal hier unter. Oder stellen wir mal hier runter. Das kriegen wir so hin. Mal gucken. Na, kommen wir vorbei. Na, bleiben wir hängen. So. Super. Können wir gleich rüberspringen. In den rein. Dann können wir gleich das Feld 2 ansehen. Mit der Sonnenblüm. So, dann brettern wir mal hier übers Feld. Ach, hat sich das Problem schon von selbst gelöst mit dem durchdrehenden Reifen. So, wollen wir was auch haben. Und die tiefstehende Sonne. Ne. Wo sind die? Hm. So, machen wir mal Feld 2. So. 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 So, gern. So. So. Okay. Stellen wir mal den Helferlein ein. Mal gucken, wer jetzt hier am Start ist. Ach, hei je. Okay. Und so Olga von der Wolga. Okay. Schauen wir mal kurz. Äh, Sonneblume. Äh. 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 ok da haben wir das mal geschaut dann kann der fleißig seine bahn weiterziehen und da haben wir noch ein kandidaten der auch was tun kann und da tun wir jetzt mal mais hier aussehen lassen auffällt 31 so dann kann der schon mal anfangen steigen wir mal aus so und gehen wir hier in die andere saabmaschine kann er gleich parallel sehen braucht ja nicht drumherum stehen nehmen wir feld 32 da pflanzen wir mal weizen aber wir brauchen ja gerade bald für den winter nehmen wir mal weizen so 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 so